Hallo und herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Hier geht es um die Themen Organisationsentwicklung, Arbeiten in agilen Teams, der Umgang mit Komplexität und Leadership. Es geht um deine Fragen aus deinem konkreten Alltag und wir geben dir Denkanstöße. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Mal wieder zu einer Live-Session und heute mal wieder mit etwas ganz Besonderem. Ich freue mich wirklich arg, heute mal wieder einen echten Fall aus der Community zu lösen. Was heißt zu lösen? Zu reflektieren, eher gesagt. Und deshalb am Anfang auch schon mal kurz die Aufforderung. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr vielleicht mal mit anderen Leuten diskutieren möchtet, dann einfach her damit. Gerne per Mail über die Webseite. Wir helfen gerne bei Denkanstößen geben. Das macht uns auch immer am meisten Spaß. Echte Fälle in der Wertschöpfung einfach mal betrachten. Und deshalb freue ich mich auch, dass Martin wieder hier ist. Und Martin, was hast du denn dabei? Hallo David. Grüß dich. Schön, dass ich da bin. Genau. Nun denn, also wir haben eine ganz interessante Fragestellung aus der Community bekommen, wo ich quasi ein bisschen Beobachter zweiter Ordnung spielen durfte, also ein bisschen genauer reinschauen durfte in das System. Und es war folgendermaßen. Das Team hat angefangen, sich ihr Arbeitssystem sozusagen zu bauen. Ja, in dem Fall war das ein Kanban-System. Und die ersten Entwürfe waren auf dem digitalen Whiteboard und sind dann auch schon soweit gediegen. Und es wurden dann quasi als Arbeitssystem sozusagen und natürlich auch als Arbeit des Agile Coach Scrum Masters quasi mal dem Management gezeigt, was die da so treiben. Ja, genau. Die wollen ja natürlich auch wissen, was da passiert. Und der erste Reflex von der Erfüllungskraft, die das dann betrachtet hat, war dann, ja, das ist ja super spannend, toller Entwurf. Wann können wir das in Shira packen? Ja, und dann im Weiteren war dann die Rede, wo wir dann erklärt haben, was bestimmte Linien bedeuten, also Definition of Done und Ready und so weiter, war dann der nächste Impuls. Das ist auch super, aber das müssen wir alles dokumentieren. Schreiben wir das bitte alles mal auf ins Firmen-Wiki, ja. Wohl vermutlich mit der Intention, dass andere Teams das dann auch so machen. Das war die Ausgangslage, ja. Und da sind wir natürlich dann mal reingekrätscht, weil das ist ja, sag ich mal, möglicherweise nicht die Idee von dem Ganzen gewesen. Ja, der naive Zuhörer, wenn ich mich jetzt mal da reinversetze, würde jetzt sagen, Martin, ich verstehe das Problem gar nicht. Also ist doch vollkommen logisch. Wir machen irgendwas und dann beschließen wir was. Das sollte doch dokumentiert werden. Wo ist denn jetzt das Problem? Ja, das Problem ist folgendermaßen, und zwar die Beobachtung sozusagen, wenn ich jetzt ein fortgeschrittenes Team bin, was mit Scrum und Kanban zum Beispiel arbeitet, ja, das hat quasi in der Verwendung von so einem Jira-Tool, was natürlich im Konzernumfeld hocheffizient ist, ja, und natürlich auch Nutzen hat, ja, hat aber quasi imaginäre Linien in ihrem Kanban-Board, ja. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Item sozusagen auf dann schieben, passiert es in deren Kopf quasi eine unsichtbare Linie, nämlich die Definition of Done. So. Das Problem bei nicht fortgeschrittenen Teams, die ziehen das einfach die Spalte weiter, ohne da eine Reflexion durchzuführen. Und ein Entwurf auf Papier oder auf dem Whiteboard gibt dir die Möglichkeit, diese Linie einzuzeichnen und hinzuschreiben, hier ist eine Linie oder ein Gate oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und dadurch wird es explizit und besprechbar, ja. In der Regel passiert dann folgendes, dann heißt es, ja, wo ist denn eure Definition of Done? Habt ihr gar keine? Okay, dann müssen wir jetzt eine machen, ja. Also dieses Arbeitssystem, was da geschaffen wird, soll ja iterativ und anpassbar bleiben. Und indem ich das in das Tool reinbacke, manifestiere ich das, ja. Ja. Und die Freunde der Agilität werden natürlich jetzt natürlich auch aufschreien und direkt wahrscheinlich eines der agilen Prinzipien auch hier zitieren können, nämlich Interactions over Processes and Tools. Also Peerplane Interactions over Processes and Tools. Und also zumindest für mich in meiner Wahrnehmung, wie ich es auch bisher in allen Kontexten tatsächlich in allen erlebt habe, ist der Fokus auf das Tool. Weil es ist Jira der gesetzte Standard. Plus, das kommt noch erschwerend hinzu, es wird halt homogenisiert. Es ist überall das Gleiche. Es wird für jedes Team das Gleiche gemacht. Und das ist fatal. Absolut fatal. Ja, das macht dann Sinn, das macht dann Sinn, wenn die ganzen Teams alle die ähnliche Aufgabentypen bearbeiten. Dann kann man das machen, ja. Dann kann man den Effizienzgewinn von gleichen Aufgaben sozusagen machen, ja. In der Regel ist das aber nicht so. In der Regel habe ich ein vielleicht eher hardwarelastiges Team, ein frontendlastiges Team. Und die haben individuelle Bedürfnisse. Also sei es nur, die Sprintlänge ist vielleicht anders bei einem Hardware-Team, was andere Zyklen hat. Und das ist halt das Fatale, dass ich jetzt da eine feste Regel probiere zu definieren und die auch möglicherweise andere Teams ausrollen. Und damit nehme ich jedem Team die Gestaltung ihres Arbeitssystems. Ja, und ich brauche gerade am Anfang das anpassbare Arbeitssystem, weil ich ja nicht mal weiß, also gerade wenn ich ein neues Team habe, ist es ja essentiell wichtig, dass sich das Team, ich benutze einfach das Wort einschwingt. Und da gehört das Arbeitssystem, wie wollen wir denn zusammenarbeiten, auch mit dazu. Und da brauche ich die Möglichkeit, da muss ich die Möglichkeit haben, auch wenn jetzt Jira vorgeschrieben ist, aus welchen Gründen auch immer, den Arbeitsplus, wie meine Arbeitseinheiten durch mein System fließen, natürlich immer wieder anzupassen. Und selbst bei fortgeschrittenen Teams ändert sich das noch. Ja, richtig. Sollte sich ändern, sag ich mal so, ja. Und in der Praxis, was wir dann beobachten können, also in dem konkreten Fall konnten wir das quasi dann verhindern. Ich habe dann entsprechenden Input gegeben und Argumente geliefert, die ihr jetzt dann hört, ja, um das zu verhindern. Weil was dann nämlich passiert, wenn ich das gleich ausrolle auf alle anderen Teams noch, ein übliches Symptom ist diese Flut an Labels und Tags im Jira, ja. Da habt ihr dann ellenlange Listen, wo irgendwas getaggt wird, gefleckt wird oder dann im Namen des Tickets sozusagen irgendwelche eckigen Klammern gesetzt werden. Das ist nur ein Symptom dessen, dass dieses Jira, dass das nicht genügend anpassbar ist. Ja, da kann ich, also da kann ich so viele Geschichten zu erzählen. Jetzt wirklich, also wirklich live heute. Heute ist es mir wieder passiert. Wir haben eine Menge, wir haben eine Menge Tickets, die getestet werden müssen. Und der Workflow, der in Jira definiert ist, der für alle Teams übrigens in diesem, in diesem Arbeits, in dieser Arbeitseinheit identisch ist, passt eben nicht zu unserem Arbeitsmodus, wie wir gerade beschrieben haben. Weil es gibt nämlich jetzt den Status fertig, aber nach fertig kommt dann noch in Abnahme und nach in Abnahme kommt dann noch produktionsbereit. So, der Punkt ist nur, dass sie erst geschlossen werden, wenn sie oft produktionsbereit sind. So, da jetzt aber die dann quasi das Backlog zumüllen, weil sie halt vorher noch nicht geschlossen sind und auf Abnahme noch nicht testbar sind, hat man jetzt eine neue Story angelegt, die ein Sammelcontainer ist, in den alle anderen Storys verknüpft wurden, dass man die quasi offen lässt und alle anderen schließt. Ja, genau. Das ist genau das, was ich bei Jira nicht brauche. Nämlich Jira ist ein Tool, was Effizienzsteigerung ermöglicht. Wenn ich ein Arbeitssystem etabliert habe und das einigermaßen stabil läuft. Und sobald ich aber, und das ist halt das Problem bei festen Regeln, die sind halt nicht robust für irgendwelche Ausnahmen und schon gar nicht für verschiedene Teams, dann muss ich die Regeln immer erweitern und da gibt es eine Regelflut. Und wie du schon sagst, dann kommen dann so lustige Hacks, dass irgendwelche Subtasks für irgendwelche Sachen benutzt werden, weil man auch natürlich in dem Fall, was ich da schon raushöre, handwerkliche Fehler macht. Also wenn ich jetzt in einem Kanban-System arbeite, arbeite ich ja natürlich immer mit Doppelspalten. Also ich ziehe es mir und ich habe eine Spalte, wenn es fertig ist und lege es da ab, ähnlich wie diese Kisten in einer Fabrik. Also ich habe eine Arbeitskiste sozusagen, wo ich arbeite und dann eine Kiste, wo ich das fertige Teil reinlege. Und wir arbeiten immer so, dass wir diese Kiste, wo die fertigen Teile drin liegen, die gibt es nicht. Wir haben nur den Arbeitsplatz und dann langen uns die Leute auf den Arbeitsplatz ständig rein. Und auch in diesem Bild ist es dann natürlich eine Störung des Prozesses oder es ist irgendwie hinkt, weil ich kann nichts Neues mehr nachziehen oder ich habe dann zwei in der Spalte drin oder so, habe zusätzlichen Verwaltungsaufwand, den du ja gerade beschrieben hast. Ja, hinzu kommt dann auch noch, dass es dann das weitere, also erstens nochmal an die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn diese Workarounds in Jira anfangen, ist das eine schöne Indikator dafür, dass halt eben, also das ist ein Symptom dafür, dass strukturell was nicht ganz richtig ist. Und was man dann eben versucht, beziehungsweise das Problem dahinter ist, das dann zu ändern, ist extrem schwierig, gerade wenn es schon ein lang bestehendes System ist, weil man ja nicht nur seinen eigenen Prozess anpassen muss, sondern weil alle Teams davon betroffen sind, müsste man das gesamte System in Frage stellen. Und das zu ändern ist quasi unwahrscheinlich bis unmöglich. Ja, das heißt, wenn ich mich dann an die Global Admin wende oder so, der sagt dann, ja, verstehe ich, ist ganz nett, aber sorry, können wir leider nicht ändern, weil da sind alle Teams von betroffen. Nee, das wird klar, warum man sowas nicht machen sollte. Und die Idee ist natürlich hier, Effizienz und Effektivität natürlich gleich irgendwie abzuwägen. Und da muss man halt schauen, wo bin ich denn, in welchem Stadium, der Entwurfsstadium und so. Und wenn ich am Anfang bin oder merke, dass die Art der Arbeit ändert sich auf einmal dann ab ins Entwurfsstadium und aufs Papier oder aufs digitale Whiteboard und dann das Arbeitssystem schaffen und fertig ist der Tanz. Und das wird natürlich nicht gerne gesehen, weil natürlich der Effizienzgedanke von Jira fördert natürlich noch eine weitere Management-Idee, die da mitschwingt bei Meichen. Das ist nämlich der Gedanke der Steuerung. Also wenn ich jetzt in Jira das drinnen habe, dann kann ich es steuern. Aber dann kann ich mir Auswertungen machen, kann ich möglicherweise Einzelauswertung von einzelnen Entwicklern machen und solche Dinge. Genau, beziehungsweise die Frage wieder, sich zu stellen, unter welchen Voraussetzungen macht denn dieses beobachtbare Verhalten jetzt Sinn? Und wenn wir jetzt eben davon ausgehen, dass, und das ist ja verständlich, jemand irgendwo weiter oben in der Hierarchie sitzt, der eine Steuerung vornehmen möchte oder zumindest informiert sein möchte, wie halt der Status ist. Da kommen dann übrigens die Argumente sprachlich. Ja, ich muss es einfach haben, ich muss einen Überblick behaben. Wenn jedes Team seinen eigenen Brei kocht, dann habe ich ja überhaupt keinen Überblick mehr. Wie soll ich das denn sehen? Das ist viel zu kompliziert. Deshalb muss es quasi bei allen Teams gleichgemacht werden. Nur jetzt genau diesem Bedarf gerecht zu werden und zu sagen, okay, gut, dieses Spiel spielen wir auf der Vorderbühne mit, wäre dann eben eine Möglichkeit, was sehr leicht geht, dass man den Leuten einfach eine Verknüpfung auf Epic-Ebene macht. Weil das ist normalerweise meiner Meinung nach alles, was ein Manager oder wer auch immer da weiter oben sitzt, wissen muss. Ich habe zehn Epics, die müssen im Laufe dieses Jahres ungefähr umgesetzt werden. Diese 20 Storys gehören zu diesem Epic, die 15 Storys gehören zum Epic B und die vier zu dem anderen. Wo stehen wir denn in welchem Epic? Und mehr ist doch überhaupt nicht notwendig. Ja, und an der Stelle übrigens frage ich mich dann manchmal auch, ob wir denn da wirklich Dira brauchen. Weil diese Epics, die kannst du normal einer Hand abzählen oder vielleicht an zwei Händen. Und die lassen sich dann auch wunderbar auf irgendeinem PowerPoint-Management-Zeitleiste irgendwie hinbauen und die aktualisieren. Also man hat einen leichten Effizienzgewinn, aber Management will halt Sicherheit haben. Sie wollen wissen, wo stehen wir. Und natürlich ist es berechtigt, dass sie ab und zu mal Details Fragen stellen. Aber das Dira ist oft irgendwie so eine Falle für die, weil die verlieren sich dann in Einzelauswertungen von Einzelleistungen, was natürlich bei einem cross-funktionalen Team überhaupt keinen Sinn macht. Neben dem, dass möglicherweise der Betriebsrateien auf die Finger gibt, wenn man da Einzelauswertungen macht. Das heißt, für das Management reicht die Epic-Ebene. Das ist vollkommen. Ja, und hinzu kommt dann auch jetzt, wo wir gerade drüber reden, dass natürlich auch, also ich habe es bisher tatsächlich nicht erlebt, dadurch, dass alle Teams gleich konfiguriert werden und ich würde jetzt einfach mal behaupten, in Anführungsstrichen falsch konfiguriert sind, nimmt man sich auch die Möglichkeiten, die Vorteile von Jira zu nutzen. Also neben Effizienzgewinn hat aber Jira dadurch, dass es ja seit zehn Jahren quasi der Platzhirsch ist am Markt, schon auch eine Menge Auswertungstool da reingebaut, die zumindest eine schöne Grundlage für Diskussionen sind. Ich bin noch in kein einziges Team gekommen in meinen letzten viereinhalb Jahren jetzt, wo ich sagen musste, hey, ich kann die Auswertung, die Jira mir da ausspuckt, da irgendwas mit anfangen. Weil alles kreuz und quer falsch konfiguriert ist und das quasi nicht zu gebrauchen ist, was Jira da ausspuckt. Und dann, also dann erfüllt das Tool den Effizienzgewinn, den ich mit Jira haben kann. Nicht mal den Zweck erfüllt es dann. Richtig, richtig. Also da auch wieder die Abwägung zwischen Effektivität und Effizienz. Ja, und wo steht man als Team? Und so als grundsätzliche Lösung. Also das Team ist es ein Arbeitssystem für das Team. Dann soll bitte auch das Team das Arbeitssystem selbst gestalten. Das ist ihre Werkzeuge. Der Koch, der bringt im Restaurant auch seine Messer mit und seine Knöpfe. Und der weiß auch warum. Weil er mit ihnen am besten arbeiten kann mit den Messern. Die liegen eben in der Hand, sind gut austariert, sind immer scharf. Und das ist halt sein Werkzeug. Und das ist das Werkzeug der Teams. Und darum soll man es da reinpfuschen. Und die Idee, dass es veränderbar bleibt und anpassbar, erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von Kommunikation. Das heißt also, wenn der PO und die Entwickler sozusagen dann merken, ah, sie haben gar keine Definition already. Ja, bitte, dann macht bitte eine. Dann entstehen quasi Fragen, die dann aufpoppen. Und die sind dann besprechbar sozusagen. Ja. Wir sind viel flexibler. Wir können schnell was ändern. Also in der Retro besprochen, ach, wir müssen da eine neue Spalte einfügen, dass wir keine Rückverschiebung in einem Krannbahnsystem haben. Ja, dann tun wir halt die neue Spalte rein. Ja. In Shira dauert es vier Wochen, bis das Ding drin ist. Ja. Und dieser, dieser, sag ich mal, auch gelebter und zugelassener Imperfektionismus, ja, sozusagen, dass das einfach nicht perfekt ist und immer iterativ weiterentwickelt wird. Das ist natürlich auch schon eine, eine Art Intervention, ja, für das Team. Das heißt, das Team akzeptiert, dass es ein Arbeitssystem hat, was jetzt funktioniert, was es aber ständig weiterentwickelt, aber bei Weitem nicht perfekt ist. Es kann ja vor allem nicht. Und das suggerieren, genau, genau, das kann auch gar nicht, weil es ja immer sich anpassen muss. Und das suggeriert aber Software. Also Software, in dem das so schön ausschaut, und das ist wie, wenn ich einen Text schreibe und den in einem Buch drucke, dann sieht der fertig aus. Auch wenn das vielleicht nicht ist. Aber er sieht cool aus und ist fertig. Das ist einfach diese Zementierung der Software. Das können wir uns gar nicht erwehren dagegen, ja. Ja. Was mir immer hilft, ist auch die, die, die Vorstellung, ne? Es gibt also ein Komplex, also das, das einzig korrekte Abbild eines komplexen Systems ist das System selbst. Alles andere ist quasi nur ein Modell und kann nicht mit der Realität übereinstimmen. Ist deshalb immer imperfekt. Also das ist die Definition eines Modells. Und von dem her, wenn ich jetzt mein Arbeitssystem modelliere, da steckt das Wort ja schon drin, ist das eingebaut, dass es imperfekt ist. Und das ist die ganze Idee davon. Ja. Ja. Das ist aber ein guter Gedanke, den du hast, weil, das verstehen auch fortgeschrittene Entwickler oft nicht, dass im Grunde genommen wir ja einen Designfehler bei diesen Boards und haben. Weil wir haben quasi komplexe Probleme. Also die Überraschungen enthalten. Ja. Das heißt Unvorhersehbarkeiten. Und was wir jetzt mit dieser Software und auch mit dem Prototyp, den wir aufs Whiteboard malen, indem wir den so entwerfen, ist es ja eine feste Regel im Prinzip. Also ist eigentlich ein statisches System. Ja, sozusagen. Ein kompliziertes System könnte man sagen. Ja. Und in dem Fall trifft quasi ein komplexes Problem auf eine komplizierte Lösung. Und das kollabiert immer. Wie sich schlaue Teams dabei helfen, ist folgendes, dass sie die Regeln nicht zu ernst nehmen. Wir haben öfters mal in den Diskussionen früher gehabt, ja, was ist, wenn da ein Bug kommt? Wo kommt denn der hin? Oder wenn wir einen Spike, also einen Forschungsauftrag haben, wie läuft denn der durch das System? Meine Antwort ist da immer die, wie oft kommt denn das vor? Wenn das ein einziges Mal vorkommt, dann brauchen wir keine Regel schaffen. Dann ist das einfach eine gewollte Ausnahme, die wir als Ausnahme und als solche behandeln und das besprechen. Ja. Wenn jede Woche ein Bug kommt, dann müssen wir uns das überlegen, wie wir mit dem umgehen. Aber wenn einmal im halben Jahr ein Incident oder ein Bug kommt, dann legen wir das Board beiseite, werden diesen Bug lösen und dann arbeiten wir mit unserem System weiter. Ja. Das heißt immer schauen, wie oft kommt denn diese Ausnahme oder dieser Fall vor? Nur wenn es häufig vorkommt, rentiert sich dafür eine Regel zu bauen. Ja. Nicht, wenn es nur ein zweimal vorkommt. Ja. Ja. Nun denn, im Grunde genommen macht es das besprechbar. Und das ist das Wertvolle. Weil die Besprechbarkeit und der Austausch im Team ist überhaupt die Grundlage, dass wir komplexe Probleme lösen können. Ja. Und das möchte ich in dem Fall fördern. Und dieser Entwurf und diese Besprechbarkeit fördert genau das. Genau. Oder um es mit einem Kanban-Prinzip auch zu benennen, ne, visualisiert Arbeit. Das ist letztendlich die ganze Idee hinter so einem Board. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alle das gleiche Board benutzen müssen, suggeriere ich ja damit implizit, dass alle die gleiche Arbeit machen. Und das ist recht unwahrscheinlich. Ja. Das wird es nicht sein, gell? Genau. Ja, gut. Dann sind wir, denke ich mal, ganz gut durchgekommen heute. Wir haben uns diesen Case angeschaut, ausgehend davon von dem Impuls, es zu dokumentieren, aufzuschreiben. Wir haben gesehen, dass es da eine Unterscheidung gibt, also zwischen Fortgeschrittenen und Anfingerteams, die irgendwelche Linien sehen, wo halt ein Anfänger keine sieht und es da vielleicht eine gute Idee ist, die dann einfach einzumalen. Wir haben uns diese Dysfunktionalität angeschaut, wenn quasi Boards nicht veränderbar sind, dass wir dann diese Tag- und Markierungsflut bekommen. Ja. Wir haben uns angeschaut, was passiert, wenn ein komplexes Problem auf eine komplizierte Lösung trifft. Und wir haben quasi die Besprechbarkeit von solchen Systemen als sozusagen Lösung, um mit komplexen Problemen umzugehen, dargestellt. Das war's. David, habe ich noch was vergessen? Nein, perfekt zusammengefasst. Dann, wie gesagt, gerne nochmal. Und gerne, wir freuen uns über neue Cases aus euren realen Umfeldern. Wir freuen uns über Fragen. Und dann gehen wir gerne hier in einer Live-Session darauf ein. Ja, sehr gerne, genau. Und schickt uns eure Fragen auf Social Media, über die Webseite. Und noch eine Bitte in eigener Sache. Bewertet uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube, den Like-Button drücken. Das hilft uns in der Sichtbarkeit und hilft anderen Menschen davon auch zu profitieren und dann Mehrwert zu haben davon. Vielen Dank an dieser Stelle und dann hören wir uns. Bis denn. Alles Gute. Ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net Wir müssen reden. Wir müssen reden.